Ladies & Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Counter Strike Global Offensive. Hallo, 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 hi. Ja, wir wagen uns nochmal, verrückt wie wir sind, auf Climb. Ich geh mit Bram hier, äh, da hin. Okay, dann geh ich mit zu Jack. Geisel beschützen, wir sind Tee. Ja, aber wir müssen auch Geisel beschützen. Das ist richtig. Tee müssen wir Geisel beschützen, du hast vollkommen recht. Bei uns, glaub ich, kommen wir. Sind die schon hier oben? Nee. Kein gesehen. Oh, Bram unten. Unten drei Stück. Da vorne, Alter. Christian, die kommen gleich Treppe. Genau, Treppe. Oh, bei uns. Oh Gott, Alter, man hat jetzt schlecht geschossen. Vielleicht ich hab doch 100 HP. Ja, hier bei mir kommt er. Tür. Also da hinten, Tür. Zweiter noch. Ich hab einmal markiert. Ja, hab ich gesehen. Ja, Jay, ich gucke hier. Geh ein bisschen zurück. Er hat mich gemacht. Scheiße, ich hab zu Christian geguckt. Der ist durch. Anna Geisel. Okay, Peter, da kommt einer. Scheiß, Alter. Scheiße. Okay, Peter. Jay hat halt den Griff. Die Geisel ist unterwegs. Also dann da dahin. Ich weiß gar nicht, wo die ist hier. Weiter in die Richtung, Jay. Nein. Er ist durch. Er ist jetzt draußen. Genau, da links. Da hinter der Wand ist er. Und dann rechts. Er ist schon durch. Ja, sehr schön. Natürlich spielen wir Tee und müssen die Geiseln bewachen. Und ich weiß auch exakt, wo die Geisel da unten nicht ist. Wir haben die mit noch schon gespielt ein paar Mal. Ja, aber da war ich nie hier auf der Seite. Verkaufen gegen, ne? Du kannst doch gerne auf der anderen Seite bleiben. Mit mir tauschen. Alles gut. Hat jetzt einer gesagt, wir kaufen. Nein. Nein, wir kaufen nicht. Aber dann sagt er nicht, wir kaufen gegen. Ja, Jay Jay hat es up denied. Nehmen wir gerade alles ab. Wie weit geht man denn hier so vor? Wo ist denn die Geisel hier? Wie ein Springenhörn rechts von mir. Ja, die ist über uns in dem Raum. Alter, Alter. Bei mir höre ich niemanden bisher. Ja, zwei kommen da. Die haben schon M4, Jay. Angenehm. Ich höre Feuer hier. Wow, M4 auch Treppe. Bei mir hier an der Tür. Ja, hier von der anderen Seite kommen wir auch. Gegeben mit der Aave. Alter. Eins, zwei. Damage. Aave gegönnt? Echt, ne? Bei der anderen Geisel gibt es eine Aave. Oh, shit. Autsch. Hey, immerhin einen getötet. Die hatten M4. Jetzt kommen wir ja auf. Und Aave. Ja, jetzt sind wir ja am Start. Oh, ganz schön teuer, so Nades. Ja, Granaten sind aber ultra wichtig. So Loots. Bin mal gespannt. Kannst du schon die Lineups dafür? Klar. Haben wir eine Treppe überhaupt zwei? Hört mal im Geiselraum mit Sepp. Also du kannst von hier aus auch die Treppe sehen, ne? Bei mir eine Flash. Okay, Feuer. Du hast Feuer geschmissen, oder? Ne, die hat ein Feuer. Ich verstecke mich mal, Christian. Polis, komm, da was. Oh! One! Bei mir kommt ein Aave im 60 gegeben. Den mache ich, der, den mache ich. Guck du mal Treppe, wenn du kannst. Ich guck die ganze Zeit. Alles, komm. Alles, komm. Alles, komm. Komm! Jawoll! Nice. Mit Ankündigung. Nein, hab ich bei mir. Guck mal, muss er gar nichts machen. Oh, Aave bei mir. Scheiße, hat Hit, aber 34 hat er noch. Wenn man das da oben gegenschmeißt, kriegt er das doch genau ab. Ja, du bist da. Da ist eine Ecke, wodurch da zurückkommt. Mega nice. Waren die ob oben oder unten? Oh. Einer Treppe noch. Nice! Nice, Saru. Good job, Team. Gib mir Aave, gib mir Aave, gib mir Aave. Oh, sorry. Ich geb die dir doch nur. Ey, Bram, kannst du mir die AK legen? Äh, ich kann den AK legen. Wollt ihn nur sichern. Äh, ein AK ist über, ne? Kann jemand mir liegen? Okay, da war Jey, ich... Achso, ne, Quatsch. Logischerweise. Es ist Jey, da hätten wir... Ja, da haben wir jetzt eine Waffe überhaupt nicht. Wenn du sie nicht gekriegt hättest, hat mir da eine Wettbewerb. Sepp hat Kai dazu. Okay, hab ich keine Waffe, aber ist okay. Bist du anlegen müssen. Äh, hab nichts. Ja, hups. Ich hab Jey eine gegeben. Ja. Ja, ist gut. Mir kam direkt eine Flash. Oh, was? Wo? Ich bin in der Tür bei euch. Diese lange Gangtür. Wie da? Oh, hier sind Steps. Das ist ja da, wo du stehst, wirst du sterben, wenn... Da, wo Sepp ist... Oh, shit! Ich werde an meiner eigenen HE sterben. 84 Leben noch. Ey, das gibt es doch nicht. Das läuft mit der AK wieder links. Mir ist eine Aave. Eins! Der pusht. Aave pusht die Geisel. Die Geisel ist weg. Geisel links rum weg. Geisel links rum weg. Du bist der Letzte. Du bist der Letzte, ja. Ja, dann gehe ich safe rüber. Ja. Oh, Linksfahrer. Dann musst du halt hochspringen, ne? Könnt ihr da jetzt entgegenkommen? Das Sound ist mega leise und ihr seid mega laut. Oh! No! So hat der mich auch gekillt. Okay, nice. Christian, das hast du dir im Video angekommst. So nicht rausgeleidert. Nice. Ich kann eine Waffe legen. Okay, leg du Bram. Ich hole mir eine MP. Ich hole mir auch... Uff. Ich kann noch eine legen. Okay. Ja, noch eine legen würde ich nehmen. Danke. Geh mal hier wieder defensiv. Ja, wo kann man sich hier gut gleich hinstellen? Ich habe eine fucking MP, Alter. Nein, sag nicht. Da ist wieder eine Awe. Da ist er direkt. Aua. Oh, er schießt durch die Tür. Ab ihn. Nice. Weißt du, was ich für eine Waffe hatte? M4. Ich gucke Treppe. Ich bin Treppe unten. Ach, du bist Treppe unten sogar schon mal. Ja, ich bin immer Treppe. Okay, sehr gut. Ich habe dich nicht gesehen, deshalb war ich verwirrt. Ich will nicht immer an derselben Stelle stehen. Absolut richtig. Hast du aber gut gemacht. Feuer bei mir, Christian. Nice. Da war die Awe. Dann ist hier eigentlich immer noch eine M4. Äh, ja, groß. Ja. Wo? 88 hat er den. Nach hinten. Oder Geisel, okay. Ja, hier haben wir zwei weggemacht. Ihr habt auch schon zwei weggemacht. Wo der letzte ist, weiß ich gar nicht. Er hat Jay getötet oder nicht? Nee, den habe ich geklärt. Das hat er nicht gemacht. Besser. Okay, Sepp geht scouten. Geisel ist auf jeden Fall noch hier. Ja. Der hat hätte ich mitbekommen. Oh, da ist Peter. Ja. Da hätte ich mitbekommen, Alter. Der steht unten. Genau an der Stelle, wo ich stand. Falls ihr das gesehen habt. Ansonsten an der Kletterwand. Nee, ich würde einfach Geisel beschützen. Am besten. Ja, der hat einen Autosniper, ne? Das ist nicht so nice. Ich glaube, hier stehen. Ich würde mal die Geisel nehmen. Dann ziehe ich sie weg. Wenn er jetzt über Treppe kommt, sind wir... Ah, der hat noch neun Sekunden. Der ist saved. Denke ich auch. Oder wartet, dass er noch jemand reinhaut. Ja, AFK, AFK. Der hat doch gerade noch einen gekillt. Schwertraum. Okay, gut. Runde Gold. Easy. Nice, Leute. Also nicht easy, aber haben wir gemacht. Ja, ich glaube, wir brauchen aber ein paar mehr Runden. Ja, glaube ich auch. Als T. Ist ne CT-Map, ne? Glaube ich nicht. Ja, schon sehr gelastet. Wo kommt man denn? Wo kommt man denn hin, wenn ich hier durch die Türe da gehe, Sepp, links? Kann ich da irgendwo hingucken? Hier? Ja. Ne, wenn du da hingehst, dann stehen die direkt vor dir. Okay. Da schießen die die ganze Zeit durch. Also da... Guckst du da hin, Jay? Tür oder links? Ja, wenn du... Also da, wo du guckst, wirst du doch da weggeknallt. Nee, der kann ich nicht sehen von rechts. Scheiße. Unten an der Treppe zwei Leute. Am einen Eingang. Ich sehe den natürlich recht spät. Ja, aber die kommen unten durch. Als ob! Unten hat er mich gemacht. Oh, scheiße. Und wo? Äh, da wo ich hingeguckt habe, über die Leiter hoch. Ich habe gerade auf die Map geguckt. Fuck ey. Ja, wo ist nicht die Geisel? Die sind bei mir. Alter, und ich scheiße da voll rein, ey. Mein Christian. Geisel ist weg, ne? So, okay. Nice. Da ist noch rechts einer. Ja, links ist auch noch einer. Links ist auch noch einer, der ist viel schlimmer. Und der hat nämlich eine Arfe. Alter, Christian. Nein, Schade! Du musst den Schuss versuchen. Oh, nicht schon wieder geklappt. Ey, gegen drei Leute. Du stehst im Kessel zwischen drei Leuten und dann nimmt einer die Geisel weg. Das ist richtig kacke. Ja, wir haben Tennis, äh, ziemlich echo. Oh, nein, echo ist schon wieder. Wollen wir mal gegenpushen? Was ist denn mit TS los? Links gegenpushen? Unten gegenpushen durch den Keller, ja. Ja, scheiße, TS funktioniert nicht. Hat ja wunderbar funktioniert. So, die war's nicht. Rechts, rechts. Oder nicht. Nee, egal. Die haben's nicht von hinten geguckt? Kommt's von hinten. Äh, auf deren rechten Seite oben müsste noch eine Waffe liegen. Da, wo du runter droppst. Geisel rechts. Da liegt eine Waffe. Da kommt er mir auch genau entgegen. Ja. Ja. Komm, ey, Arsch. Und zählen. Warum hab ich diesen Scheiß angehabt, ey? Ja. Oh, Mann, ey, die Waffe war so knapp. Ja, der hat 3-3. Ja, ich kann legen. Okay. Dann nehm ich. Danke. Muss aber deliveren jetzt, na, also. Bisschen Pleasure. Was ist das denn hier? Ich werd mal ein bisschen gegen stehen. Ein Flash hochgeworfen, der Ficker. Loll, äh, Treppe. Ach, Mann, Alter. 7, 8, 10. Die Welt vorne und unten. Unten bei denen noch. Wir machen zwei Druck bei mir, Jay. Ja. Hier rüber. Okay, haben mich. Die hitten aber auch hart. Warte, bis er die Geisel holt. Da ist er das bei der Geisel. Der hat nicht gesehen. Der hat die Geisel genommen und ist weggerannt. Oh, was? Ich hab dich da gesehen und gehört und alles. Gehört hat er dich. Ja, ich wusste ja rennen, wegen der Geisel. Hey, guck. Ah, hart, 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 hart. Wollen wir jetzt unten gegen pushen? Guck mal. Haben wir nicht gerade gegen gepusht? Ja, auch zwei unterschiedliche Nebenwarten. Also die verteilen sich halt auf jeden Fall noch. Also lass doch runter droppen. Wir können uns hier oben verstecken und dann droppen wir runter hinter die und dann töten wir die. Oh, jetzt kommen die Tricks. Ey, du kannst doch links gleich, wirst du doch kopficken da. Du kannst doch hier runter droppen. Ja, das sind die doch alle. Feuer, ich muss hier weg. Held? Held? Oh, doch, du hast einen Header gekriegt. Hammer? Ja, die zweite Geisel, der hat noch 40. Du wirst es tun. Hat er die? Nee, noch nicht. Ah, hab ich mich erschrocken. Scheiße, der ist, ähm, im großen Bereich, im großen Bereich ist der. Willst du die Geisel wahrscheinlich holen. Nee, das ist nicht der letzte. Der ist ja gestorben. Warte ich hier rum? Fuck it. Wahrscheinlich schon, ne? Warte, weil sie können die rechts und links rumgehen. Geiz. Müssen sie sich nur koordinieren. Gut, dass das so ein kleiner Geisel-Bereich auch ist. Ja. Oder ist er? Und der andere noch, ne? Nice, nice. Oh, 54. So ein nice try. Ach. Ich dachte auch, du hättest ihn. Du warst auch direkt raus, ey. Ich dachte, ich auch. Nicht gereicht. Warst du ja auch. Aber du hattest halt kein, keine Rüstung. Nee, ich hatte gar nichts. Mir hat einfach umgefallen wie Pommes. Ich bin die Map echt schrieg. Pommes. Okay, du gehst dahin. War aber gar nicht so bad, da mal runter zu droppen. Ja, aber anders hin gehen. Dann schon hart verwirrt. Hier hingehen. Wo kommen alle hier hin? Guck jetzt, Tür. Links von mir kommen immer zwei, nur zur Info. Das war ein lucky Shot. Ich habe noch zwei Leben. Ich geh mal an defensiv. Ja, Sepp, das ist gefährlich, wo du da stehst. Ja, genau. Geh mal weg. Ja, ich geh auch weg. Also, ich musste nur moving. Ram ist unten. Welche Tür ist jetzt auch? Ja, einen habe ich auch unten gemacht. Ich weiß nicht, Christian. Noch mal smokey, smokey. Glauben wir da? An dem, warte, 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 warte. In mir ist keiner. Hä? Über mir sind die. Ah, die kommen aus Christian. Auf bei uns, Dad. Peter, glaube ich. Der hat mich an der Treppe. Leute, da sieht man mich in der Ecke, das wusste ich nicht. Ich habe ihn nicht getroffen. Alter, holy fuck. Oh, ich kacke. Letzte Treppe. Letzte? Der war unten in der Halle, wo man zur Treppe geht. Okay, da ist der Treppeingang, scheiße. Äh, unten in der Halle. Oh, der ist unter mir. Kommt der jetzt hinten die Treppe hoch? Kann sein. Einer sollte Treppe gucken und einer die andere Richtung. Ja, Treppe. Ja, nice. Der hat ja nichts mehr. Der hängt jetzt in einem 4. Die wollte ich auch haben, dann kam die Pimmelnase da. Oh, Peter, du willst selber eben 4 spielen, ne? Ja. Ja. Der eine Headshot, den ich dem gegeben habe, das war auch 100% Luck einfach im Laufen. Einmal was kurz testen, Peter. Ja, dann werfe ich kein Feuer. Mustard. Honey Mustard. Oh, haben die... Die haben Echo. Und die haben die Nades gefressen von mir. Sehr gut. Oh, die haben eine AWP. Fühlt eine Echo ziemlich gut. Okay, einer kam einem mit Pistole entgegen. Treppe hat mich leider. Bin tot. Komm doch hoch. Geht Treppe. Treppe ist eine AWP. Hab ich. Der ist eine M4. Nein, ich wollte gerade die HE werfen. Die AWP steht da. Na, Geisel. Die haben noch... Also, die haben eine AWP hier verloren. Bevor ich zur Info... Aber eine J ist nur noch da. Ich wollte gerade sagen, ihr seid zu zweit. Ich gehe nicht die AWP facen. Ne, bitte. Die sind jetzt oben an der Geisel halt. Oh. Nice. Ich habe eine AWP gefaced. Der eine ist oben an der Geisel dann noch. Ja, die holt ihr jetzt. Der macht gerade die Geisel. Nice. Ich nehme euch nur Orb mit. Das ist cool. Nein, aber dafür gebe ich meinen M4. Oh Gott, das war ein dummer Trade für mich. Wer will die AWP? Weiß ich nicht. Ich gebe dir aber irgendjemandem danach. Nächste mir eine AK. Mir brauche ich auch was hier legen. Hier. Danke. Hey, Peter? Peter? Also, ich muss... Da liegt doch noch eine, oder? Die ist... Ja, aber es ist von zwei. Da ist noch eine. Danke. Von zwei. Ich hoffe in die falsche Richtung. Sehr gut. Jetzt habe ich kein M4 mehr. Jetzt treffe ich wieder nichts. Oh, da sitzt du schon. Wo ist es da? Ähm, bei... Ähm... Der im anderen Geiselraum. Scheiße, Awe hinten durch. Hat die Tür aufgemacht. Hat mich getötet. Ich habe ein ziemliches Problem. Die pushen hier ziemlich hart rein. Ja. Die haben die andere Geisel wollen. Frechheit. Haben die andere Geisel geholt? Die haben die andere Geisel. Hey, der hätte es mal die M4 nicht abgegeben. Ähm... Warum, du müsstest zu denen laufen? Ich gehört. Ich habe die ganze Zeit nach oben geguckt, ey. Ey, sag mal, die Map kann ich nicht. Wir machen es auch nicht viel besser, Chris. Ich bin jetzt noch mit anderen schlechter als du. Ähm... Ich glaube, wir haben eh Kuro. Jeder hat sechs. Aber... Let's try. Der hat schon gekauft. Auf geht's. Ich hole mir einen Piff-Piff. Damit mache ich die jetzt. Der hat mich gerade voll überrannt. Ich werde jetzt noch defensiver gehen. Die Awe auf dich geschossen, Christian? Jetzt ja. Flash da einmal hin, Jay. Mach mal. Das kann nicht wahr sein. 78. Hattest du den anderen getroffen? Komm, jetzt alle. Keine Awe. Nein! Die Awe ist durch. 71 habe ich mir nur gegeben. Was? Scheiße. Den einen habe ich noch gemacht. Heisel-Rettungslevel sind immer scheiße. Na, harte Echo. Echo, ja. Wollen wir mal linksrum durchpushen? Hm? Ah, stimmt. Das ist jetzt so runter. Nee, 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 nee. Nichts letzte Runde. Keiner hat verstanden. Das ist jetzt so runter. Was steht denn da auch? Das habe ich ja auch gesagt. Die hören uns sehr zu schön. Und da kann man ja gar nicht rum. Krass. Hat ihm nichts gebracht. Oh, der Hulver. Sorry. Ist noch einer? Rechts ist noch einer um die Ecke. Geh mal in die andere Richtung wieder, sonst kommen die Bumsen uns. Geißel weg. Den pushen wir. Hinter uns. Ah! Alter, wie Kacke! Das war belastend, Seth. Alter, was ein Cheater schon. Da gibt der mir einen Header mit der scheiß Pistole. Ich treffe ihn nicht einmal. Sag mal, das ist schlecht. Dropper, genau da, Lila. Weiter, die zweite. Die AWP holt die zweite Geisel. Ist schon unterwegs. Für eine Echo gar nicht schlecht. Mann, braucht doch nicht so lang, du Arschloch. Das Problem an den Geisel-Maps mit dieser Echo ist, wenn du Leute wegholst und die holen die Geisel, kriegen die halt trotzdem ganz, ganz viel Geld. Gut, haben wir ja auch die Option. Gleich. Bleibt halt viel gekostet, aber gut. Und er kann den Step machen, ne? Ich glaube, du siehst den da ab. Oh, Chris! Was? Alter. Stare Schade. Guck mal, die Geisel ist nur im Bereich abgelegt worden. Tja, ich nenne dich wieder mit. Ja, wer will die? Geile Nummer. Ne. Willst du den AK? Voll. Ich bin gerade bei den AK weggeworfen. Das ist okay. Könnte ich gerne wieder haben. Auch noch irgendwer was? Ne. Ne. Ich gehe jetzt offensiver verteidigen, Smoke-Defend. Habe ich mir eben auch gedacht, der war uff. Wo kommen die denn hierher? So. Noch einer. Der ist nach links durch. Da. Du hast nicht mehr viel Leben, Jay. Alter, okay. Macher. Scheiße, ich habe eh 10% Leben. Nur 10% Leben ist auch sogar richtig. Das waren die beiden, die immer darüber gehen. Ich versuche mir eine M4 von denen zu holen. Make that M4. Guck mal, natürlich. Oh, nice. Einer ist außen. Und eine Awe steht da auch noch. Die Autosniper und die Awe steht da. Alter, der hat auch eine Autosniper. Deine Mutter. Ich dachte, der hat eine normale Waffe. Okay, das sind ja auch die beiden letzten, die Autosniper und die Orb. Ja, kämpft euch ein. Mach ich auch. Du, Steps grün, ne? Dich höre ich, ja. Bullshit! 27 nur? Ach, komm. Der war unten in dem... Der könnte die Treppe hochkommen. Das ist schlecht. Da kann ich hingucken, aber... Ich versuche irgendwie... Nur, er könnte. Er war halt unten. Der kommt, glaube ich, von der Treppe. Einer zumindest. Reicht? Hast du den an der Treppe? Ja, es war eine Treppe. Jawohl! Der andere hat mich einfach nicht gesehen. Boah, was für mich, ey. Sehr gut. Nochmal hier, für die Motivation, die zwei letzten Runden geholt von der Seite. Er hat mich einfach nicht gesehen, das hat mir vorbeigelaufen. Aber lucky. Jetzt sterben wir. Das Problem ist, jetzt kann ich gar nicht umsetzen, weil wir in den Reacts gelernt haben, dass wir mehr Smoke Diffuses machen müssen. Das stimmt, aber du kannst Smoke... Geisel machen. Die haben die auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir gemacht. Und bei mir kommt einer entgegen, glaube ich, direkt. Da haben wir Leute rumspringen gehört. Der ist Geld, dann gehe ich mal zu mir. Ja, da ist er. Oh mein Gott. Einer hier wieder zurück zur Geisel. Was ist mit mir? Dem habe ich einen Heller gegeben. Bei dir könnte einer sein. Ich stecke das von außen, bei mir einer ist. Mit großer Geiselraum. Oh, was? Das war ja nice. Ganz schön. Wenn die Geisel braben. Ja, ich versuche. Du musst nicht mehr schlafen. Das habe ich gereicht. Schade. Warum schlafen wir vorbei? Schlafen noch die Geisel. Ja, schlauch, 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 schlauch. Werden gegenkaufen. Glaube ich auch. Die sind richtig... Wir haben keinen Kill geholt. Das stimmt. Das werden wir tun. Wir werden auch im Zweifel gegen pushen. Das war... Was hast du denn gemacht? Alter, war das schlecht. Alles gut. Seid ihr unten? Komm hoch. Oh, der andere ist da. Komm hoch. Wo ist der andere? Da. Da ist es markiert. Der da. Dann nehmen wir hier die Geisel, Sepp. Und dann gehst du die Geisel. Dann kannst du wirklich doch die markiert haste. Und du die Geisel. Mit, mit, mit. Sehr schön. Ich werde dir den Rücken decken. Ja, nice. Ich habe nur noch 13 Leben. Ja, deshalb würde ich dir den Rücken decken. Und mich killt es nicht unwahrscheinlich. Nice. Aber Peter, mach den einfach. Hab ich ihn erwartet. Laufschlamm. War der Peter da? Oh, nice. Da. Doch, schaffst du, schaffst du. Ja. Boah. Noch mehr Geld. Jetzt gewinnen wir das noch. Oh, was hat der drei Versuche gehabt? Ne, der hat noch drei Minuten, um nachzukommen. Nice. Alter, wir haben sie gebrochen. Der Team Spirit ist am Arsch. Sie gebrochen hat sie zu viel. Er hat zwei Runden geholt. Ah, nice. Mitte oben 40 hat er gekriegt. Auf der Reling. Rechts, in dem roten Teil. Was heißt der? Der ist bei mir hinter der Tür irgendwo. Von sich aus, wo ein Teil, glaube ich. Ah, das, 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 das. Oh, warum ist schon die Treppe hoch? Die Treppe hoch, aber das kann mir doch keiner entgegen. Dann sind die hier bei mir. Yo. Hab ich. Oh, der hat eine Schapkange. Und wo oben? Oh, über dir links, Jay. Der steht wieder da in dieser Türkante. Oh, der hat er gesehen hat. Ja, ja. Wann du ein Hostage? Ja, Stand. Ja, ist immer noch da. Der ist immer noch da oben links, Jayme. Ben. Der hat noch fünf Leben. Ich bin. Nice. Haben wir geholt. Haben wir geholt, die Pickers. Let's go. Ich tausche gegen eine M4. Ja, ist auf jeden Fall besser als den Schmutz, den du da hattest. Ich hab wieder hier, äh... Ach so, Christian. Hast du nicht selber gehört? Ich hab dir Sepp gegeben, das war ein Fehler. Ne, ist sogar. Sepp, gib dir mal Christian. Den mach ich, oder? Fuck this game. Ach, scheiße. Christian hat ja wieder die Kack. Oh mein Gott. Könnte er gerne tauschen. Nee. Ja, ist halt schon ärgerlich für die, ne? Also ich mein, da können wir halt aber auch nichts tun. Ach, wenn die den einen brauchen, um zu gewinnen, dann haben sie das aber auch nicht verdient. Willst du mich verarschen? Sepp ist ja da weniger Pär. Awe steht Treppe. Hier steht einer bei mir. Hat noch zehn HP. Awe Treppe ist trotzdem doof. Mit zehn HP töten die uns trotzdem, ne? Auch. Was heißt denn, Treppe ist das hier? Ja. Ne, Treppe. Also ja, das ist hier, aber auf der Treppe stand der erst. Also erst mal noch links um die Kurve. Ich weiß nicht, ob die Flash den so kriegt. Weil er mit ganz dober Winkel ist. Ah, ich sehe, was du meinst. Wenn du ein Stück nach rechts gehst, kannst du gerade durchgucken. Nutzerinfo, und da kann der dich schon abschießen. Zwei noch live. Ich warte, bis Peter und Co. ein bisschen Stress machen. Ist tot. Bei mir oben. Ist dann der letzte. Wie bei dir oben? Der ist bei mir. Wie wär's denn? Das klang wie bei mir oben. Entschuldigung. Dann habe ich wahrscheinlich einen von unten gehört. Heute sind wir in die Führung gegangen. Hab ich noch gar nichts zu sagen. Ich war das beste Counter-Strike-Team, wir sind auf diesem Planeten. Planet Earth. Und Planet Earth. Meinst du? Brav. Ö-R-F-Penner. So schwer ist das nicht. Ö-R-F. Der kläre österreichisches Fernsehen. Auch da. Da wollte ich ja gucken. Der Penner. Ist nur gegen die Gäste. Amt das nicht. Wo war der Bram? Ja, da. Ich habe angefangen am Klettergerüst. Äh, nicht, der Kletterwand. Der ist hier direkt. Der ist unten. Der war krass. Amt war richtig krass. Oh mein Gott. Ich wurde von hinten gekillt. Keine Ahnung, wo der herkam. Brav, du musst dir da unbedingt jinxen. Ich werfe eine Flash rein. Äh, ja. Also genau, da ist noch einer. Von hinten wie unser Spawn oder hinten wie Mitte? Ich wurde von hinten gekillt, als ich kurz vor deren Spot war. Nicht von unserem Spawn. Okay, das heißt, ich gehe über die Mitte. Der geht aber stiften. Also der kann ja überall sein mittlerweile. Oh! Okay. Da unten noch mehr. Als ob unten gerade einer kam. Der eine war hinter der Tür. Das ist der, der die ganze Hütte unter war. Ach, hinter der Tür. Ja, okay. Also, Violet schießt richtig gut. Möchte ihn auch nicht unbedingt erwartet. Muss man leider sagen. Der hat mich ja... Wir sind auch wieder zu fünft. Der hat... Ach so, hallo. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Wir fahren die ganze Runde hinzufahren. Wir sind ja wieder fünf. Ja, weil ich halt euch das gesagt habe. Er hat mich in der Mitte einmal kurz gesehen. Dann hat er kurz Ziel genommen, hat mir einen Schuss reingedrückt. Das war schon stark, muss man sagen. Oh, da kommt wieder Peter. Steht da rein. Halt von wo? Peter hat den einfach so weggemacht. Ja, weil ich den dann so angeklagt hätte. Ich schätze noch... Ich weiß, er ist hier in der Mitte gestorben, oder? Ja, aber irgendein Bug. Machst du da einen gefunden? Ist der unter dir, Bram? Ja, wir sind in der Mitte oben. Da. Boah, war das gut von mir. Könntest du auch Feuer hinwerfen? Ich habe aber leider kein Feuer. Sehr gut, Peter. Warte, mach ich. Mach ich dir. Hast du eine Granate? Oh, das hat nicht funktioniert. War genauso gut wie meine. Versuche nochmal. Haben wir. Haben wir. Wir haben wieder den Puschen. Pass auf, wir haben nur einen Gegner. Wo sind sie denn? Push, Kimi, push. Links ist er, der zielt. Oh, der letzte. Du kannst durchziehen. Jawohl. Ja, hättet ihr mal ein bisschen noch gewartet. Warum hast du dir denn den Eingang zugesmokt, Sam? Ich wollte das rechts nur wegsmoken, weil der rechts um die Ecke hätte stehen können. Aber die Smoke ging ein bisschen weiter, als ich dachte. Was, Awe? Ich meine, den hast du überrascht, weil halt nur Gold-Novas durch die Smoke pushen. Das hat funktioniert, aber... Das ist nicht smart. Was durch die Smoke pushen. Oh, Mann, oder? Haben die Eko? Könnte sein, ne? Oben ist wieder einer. Hinter der Tür. Ich hab dir ins Knie geschossen, das kann doch nicht... Lül, ich hab dir nicht getroffen, da war doch Blut. Nice, Bun. Ich glaub, da ist noch einer. Der ist immer noch an der Tür. Sehr schön, zwei Gegner noch. Ja, komm, lass die Tür gehen. Da werden nur noch 25 Leben. Oh mein Gott, von hinten wieder... Wie kommt der immer hinter mich? Von wo von hinten? Du bist rechts, vielleicht ist der durch die Mitte gegangen, da nehm ich tot worden. Ja, der ist dann durch die Mitte gegangen und ist dann quasi rechts hinter mich gekommen. Das heißt, ich hab noch einen Gegner da und einer wird euch am Spawn erwarten. Oder beide erwartet euch. Einen hab ich. Einer erwartet euch. Einen hast du. Ich hol mal nochmal die andere Geisel. Der Bram läuft jetzt voll auf da zu, wo ich Violett mich gekillt hat. Wartet doch eben, wir haben zwei Geisel, wartet doch eben. Von beiden Seiten, so wie die das gemacht haben, safe. Tja, das ist nicht warten, aber ist okay. Klar. War da noch? Okay, der ist hinter der Toilette. Hinter der Toilette. Das heißt... Sogar mit Flash von Sepp. Guck mal, beide zusammenspielen, was ist denn da los? Alter, Junge. Das müssen die besten Spiele dieses Planeten sein. Ah. Christian, da liegt eine Arbeit theoretisch für dich, ne? Äh, ja, hier. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, dann lasse ich dir aufhören. So gut, wie geht's uns jetzt schon. Aber außen kommt auch nie einer gepusht und wundert mich total. Gut, der nicht gewartet hat. Peter in der Mitte ist Feuer, ich kann da nicht hin. Hier geht mir immer einer voll auf die Eier am Anfang. Ich schieße hier durch die blöde Tür. Einer ist oben im Gang. Sei doch mal ungeduldig, Mensch. Ja, das ist einer. Der war ungeduldig. Nice, Christian. Ich wollte gerade loslaufen. Aber da Bram, da unten rein ist. Da steht einer bei euch. Wenn ich da wieder von hinten gekillt werde. Aber man hat es nicht gerechnet, ne? Ui! Von hinten. Von wo? Von Ahnung, irgendwo in dem Gang. In der Tür wieder. In dem großen, langen Gang. In der Tür wieder. So, da wo Peter hinguckt. Oh, nee! Das kann nicht sein, Alter. Was? Da ist noch einer. Da ist noch einer in dem Gang gewesen. Ja, hab ich verstanden. Komm, rennen. Der hat verloren. Lauf. Der hat verloren. Ich weiß nicht, ob der verloren hat. Ich laufe so schnell, ich kann, Junge. Jetzt hat er verloren. Ich hab schon verloren. Wenn er da hinten war, schafft er, hat niemals vor dir. Als ob der, als ob sie so CDT-based ist. Sepp, leg mir mal bitte. Du hast so viel Geld. Ja. Was denn so? Hey, vorstelle. Haben wir nur M4. Dann können wir ein bisschen, ein bisschen das Money-Game machen. Wir haben halt wichtige Pics am Anfang. Christian hat vorhin... Ich hab grad nicht den ersten Pick gemacht. Komm. Aber wann haben die denn mal fucking Echo? Das heißt, direkt unten. Oben ist auch noch einer. Das ist noch einer. Okay, da kam irgendwas her. Echte Seite, auch einer mit P90. Einer noch hinten an der Reling. Da, wo du hinkommst, ist die rechte Seite quasi. Aber der kann durchgelaufen sein bis zum Spawndowns. Oder wieder zurück. Kann natürlich alles sein. Einer noch hinten an der Reling. In der Ecke, da, wo der mal hockt. Da ist grad Feuer. Da hat er mich gekillt, Jane. Okay, genau da. Fuck you. Siesta bei Päda wieder hier. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Also doch, ich schon. Aber Jane nicht. P90 hatte der, der ist gekillt. Der ist einer an der Treppe. Der hat noch 33. Hatte der P90? Nee. Der hatte einen M4, Päda. So oben rechts steht er. Naja, sorry, Leute. Alles gut. P90 ist weg. Die liegt da. Ach. Ich meine nämlich, gelb hat mich gekillt. Direkt an der Treppe an dem Glas. Na links, genau. Oh. Hat nicht so ganz funktioniert. Der war in der kleinen Tür da. Da raus, ja. 25. Okay, in der letzten Zeit noch 33. Nachladen. Ich weiß nicht, wo der ist, aber wir dürfen nicht warten. Ja, leider nicht, leider. Okay, nice. Wo ist er? Wie die einem auch ins Ohr atmet die ganze Zeit, die Geisel, ist ja schrecklich. Ja. Hey, lau. Ja, ich bin nicht befreit. Muss, darf Leder halt auch mal mitnehmen, Peter. Ja, du kannst... Hier ist aber ein bisschen Puls gerade. Nice. Haben die jetzt Echo? Und da macht immer nur einer Echo. Oh, da ist er schon. Oh, Mann. Die war schneller da, als ich dachte. Rechts. Gelb. Bei mir einer. Da läuft er wahrscheinlich nicht. Von hinten. Bei mir einer da. Scheiße, unten in der Halle. Weiß nicht, ob die Oben gemacht war. Wo denn unten? Bam, am... Stammt in der Halle. Bram und Chris hat denselbe gekillt. Grün. Autsch. Hätten wir nicht so hoch. Na, Alter. Hm. Wie komme ich denn jetzt zu dir? Wie viele wollen denn da noch kommen? Da, wo man hochspringen muss? Ja, ne. Was? Meiner ist über mir. Oh, Gott. Da geradeaus durch. Da war Geld. Oder rechts ist der? Eins von beiden. Und über dir, der kann dich... Na, er ist außen rumgelaufen. Oh, Mann. Das war noch zwei, ne? Also... Ja, aber das war der, gegen den ich eigentlich gekämpft habe. Beko. Ich kann mich nicht mehr nehmen. Ich lege das. Ich habe am meisten. Ne, Sepp. Ich habe mich nicht mehr auf einer M4, Sepp. Da, komm. Ja, komm, wir machen wir jetzt wieder runterkriegen. Ja, ich bin nicht mehr vorbereitet. Ja, Puls von 120 hatte ich gerade. Äh. Flopja. Komm, da kommt auch einer mal entgegen. Bitch. Der ist, glaube ich, wieder zurückgeleiten. Oh! Du warst genau vor mir, als er kam. Reling. Wie war es ja gerne nennen. Headwalk. Der nächste. Schade, ich wollte den mitraden. Der hat 33 bekommen. Komm, ich gehe mal zum P da rüber. Ach, das. Mal ein Loki-Loki bei den Geisel rein. Okay, da hinter dir war keiner, oder? Doch, da ist einer. Na, Awe-Bram war da geradeaus links jetzt. Kann sich natürlich bewegt haben. Oh, Gott. Einer ist Treppe unten gewesen. Mann! Oh, 52. Breling. Oh, der ist hinter dir. Da links ist er. Nice. Lauf durch. Guckt er nach unten? Da ist er. Jawoll! Brandetier. Und lang kommt er. Falls er nicht savet mit der Awe. Nice. Oh, Lulu. Das ist halt ne CT-Map, ne? Wir haben ja mal in React gelernt, wie das funktioniert, Freunde. Ja, das ist echt ne harte CT-Map. Hä, wieso ist die denn so bei uns zumindest so CT-based? Weil wir CT immer besser sind als T. Der will einfach mit der Waffe noch besser schießen. Ja, 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 nee. Musst du aufpassen, Brandetier. Ach, scheiße, man muss pushen, aber nicht mal raus. Äh, smoke. Targeted, quiet! Zwei Leute rechts um die Ecke. Da sind zwei Leute rechts um die Ecke. Ja, Peter wusste das. Ach, lad. Gehen da rein, denn. Ja, ich komm mit. Hat er nicht erwartet. Unten einer Reling und einer unten J. Flashbang. Hab ich gesehen. Weiß Christian, Reling war noch einer. Nein, sag ich. Pass auf, dass du keine Geisel triffst. Sag lang. Gibt der Deckung? Oh! 80 habe ich der aufgegeben. Ja, der Treppe ist nur auf. Lass mal was lang gehen. Die hat noch 20. Au, da ist, der sitzt oben. Äh, auf der Reling in der Mitte. Unten. Okay. Hat er bei dir auf der Reling in der Mitte. Der eine sitzt unter dir. Nicht Messer! Nicht Messer in die Hand nehmen. Ja, warum nicht? Weil du nicht schneller bist mit dem Messer. Ach, bin ich nicht? Geh links durch die Tür. Da kann er mich von unten überall wegknallen. Ja, der ist, du hast doch das Fenster gehört. Der ist schon am Spawn. Der geht, der, der wartet dich doch da rechts. Wollen wir nicht hier runter? Der wartet dich doch da. Auch an einer Technik in der Zeit, ne? Let's go. Oder du wartest. Noch eine Minute 20. Ich lauf da schön hinten rum. Hinten ist mehr Deckung. Das stimmt schon. Da kannst du lang. Da kannst du lang. Da runter? Da, gerade die Treppe hoch. Hier runter. Das ist uralang. Also, der hört dich so oder so. Der wird genau auf dem Spawn stehen. Der Flash rausschmeißen. Durchs Fenster. I've had a move. Wahrer, oder? Die rechte Seite predicted. Mann, du hast jetzt nur warten müssen, bis die Smoke fertig war. Er stand ein Stück davor. Er stand daneben, der Smoke, oder nicht? Ja, ich würde auch sagen, er stand daneben. Er stand daneben. Aber ich dachte auch, die Smoke wäre schon fertig. Hätte ich trotzdem machen können, ja. Ach komm. Jetzt müssen wir holen, sonst haben wir Echo. Aber wir sind unangenehm. Da hörst du schon wieder die Ficker. Vor allem haben die jetzt halt Kohle, ne? Das ist halt unangenehm. Wie kriegt man Damage? Warum? Da war doch gar kein Feuer. Frech. Wieder einer ist hochgekommen. Was heißt das? Ihr bei mir? Ja, ich stand neben dir. Ich steige auch neben dir. Wo wollte er euch das? Ich glaube, da kommt. Violett macht ernst. Violett macht einen geilen Sprung. Das war auch grün. Und orange. Oh, stimmt. Oh, grüner Hoh. 26, gelb am Spawn bei uns. 26, gelb am Spawn bei uns. Okay, oben habe ich. Spawn bei uns, okay. Komm ich zu dir. Gibt noch zwei, ne? Unter mir. Beide. Okay. Der hat einen Autosniper, glaube ich. Angenehm. Und wenn beide geiseln. Ja. Ja, ihr habt noch zwei Gegner. Eine Geisel muss durchkommen. Rechts rum. Der war richtig belastend, dass er da reingelaufen ist. Ich dachte nicht, dass der dir entgegen pusht. Ich dachte auch, dass er auf dem Spawn sitzt, Leute. Deswegen wollte ich zwei Flashes rausschmeißen. Scheiße. Ich kann einmal legen. Ich wollte nämlich rechts rum. Einmal könnte ich... Kann ich legen einmal? Das reicht nicht, oder? Ich kann einmal legen. Doch, Christian hat 3,9. Doch, Christian hat dran. Nein, habe ich gelegen. 3,9 reicht nicht, oder? Ich kann noch einmal legen. 3,9 reicht. Soll ich legen? Ja, wenn du kannst, gib her. Okay. Ich nur nix, aber... Da sind direkt zwei. Ich stehe in der Tür. In der Tür? Ach, unten. Ich stand in der Tür direkt. Da kommt gerne einer dran. Ja. Hier außen einfach nie einer kommt und steht richtig. Aber steht die wieder oben im Reling? Ah, da. Ja. Deploying Flashbang. Deploying Fire. Deploying Flashbang. Der oben bei mir? Ist da schon jemand gewesen? Nee. Nee, noch nicht. Da war schon einer. Komm, die... Äh, Bram, ich glaube, die gehen hier vorn. Da bist du das. Ja, ich war das nicht. Scheiße, das war ein Step. Scheiße, der sitzt in der Mitte irgendwo auf so'n Ding. Nein, dann ist der da. Ah, aber... War der geil so. Ach, ich hab ja bei Bram gerade auf den Boden geguckt. Jetzt haben wir Echo. Jetzt ist letzte Runde. Jetzt haben wir Echo. Ja, war schwierig, oder? Echo schaffen wir auch. Ja, wir spielen halt Win, ne? Ja, klar. Wie, Win? Du kannst dich helfen. Sie ist die letzte Runde, ne? Hä, was? Unentschieden. 15, 14. Das ist richtig. Wo pushen die denn hier immer, dass ihr dann stehert? Immer da drüber. Mütze. Da ist er. Der, der steht rechts einer um die Ecke. Ja, Christian, kannst du mich boosten, ja? Da liegt ein M4. Was? Hier oben. Ja. Aber liegt die da nicht, weil da einer hinguckt und warum erschossen wurde? Das weiß ich nicht. Jay sieht auf jeden Fall was. Ich bin erschossen worden, ja. Okay, danke. Das kann nicht wahr sein. 22, der ist wieder zurückgegangen. Habe ich. Alter. Eben aus der Hülle. Oben, meine Fresse. Oben die Awe. Habe ich. Ich hänge fest. Oben immer noch eine Awe. 3 gegen 2. Wo einer ist. Der sitzt trefft. Der, also einer sitzt bei mir. Die Awe. Geisel dich. Jay holt sich die erste Geisel im Smoke. Ach, da hat sich mal Stress hier. Müssen sie ja eigentlich moven. Scheiße. Als ob der gewusst ist. Der noch drin sitzt. Scheiße geschossen. Violet. Oh Mann. Oh Mann, ey. Haben sie sich gut wieder hochgekämpft. Hans, du Tatterig. Ja, Tatterig ist gut, ey. Ach, da haben wir noch verloren. Boah, ja, das ist wie verlieren. Ich bin Gold hat, wenn ich 2, Gold, 4. Oh, Gold, 2. So wie ich auf der Map gespielt habe, ist Gold, 2, 5 in Ordnung. Warum kriegt selbst so eine scheiß Kiste, der macht die nicht auf. Da seid ihr alle Gold, aber war 2, das finde ich ein bisschen witzig. Okay, Christian, dann mache ich aber dafür auch die Kiste auf, komm. Okay, wie mache ich die jetzt auf? Du bist 3 geworden, Jay? Ja. Ich habe 2 bekommen und war besser? Ficken. Ja. Das ist ja auch noch die Vorsache. Komm, ich mache die geile Kiste auf hier. Es ist einfach 1 runtergerankt worden. Der Hälter öffnen. Der Hälter auf, let's go. Neue Kiste ist am Start. Die geile Schlange. Bring a ding. Da ist was, da ist was Lilanes. Okay, seht ihr dann in der Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.